Ah, die Schleife, wieso nicht? Das Doppler-Ei Noch eine Schleife könnte ich hier geben, aber ich will was gucken. Wo ist dieses Zeug, das Ex-Anima verändert? Da, Regenbogen. 30% Das meint noch ein Das kann man noch erhöhen, aber Ist nicht so wichtig im Moment. Die Schleife ersetze ich durch die Sammlerseele. So, hier haben wir jetzt einmal 30% von 30% Resistenz gegen Ex-Anima Von jeweils einer Kette Und dann nochmal minus 20% Ex-Anima, was heißen wir? Oh, die Dauer wird verkürzt, okay. Wieso ich das unbedingt bei Neil gebe? Sie ist die Heilerin. Ihr habt gesehen, vorhin waren beide betäubt. Wer sie nicht betäubt, hätte sie uns noch weiter heilen können. Und hätte er dann gestampft, wäre Ex-Anima weg. Auf ein neues. Wie es aussieht, ist ja kein Problem. Dann war es wohl der Longui, der 12.000 Schaden mag. Pro Tritt. Und 4.000 beim Verteidiger. Komm mal her. So, ich gebe mir... Nein, ich gebe das. So. Oh, das brauche ich mir gar nicht zu geben. Ich mache das so. Oh, ich bin blind. Ich muss doch den anderen Haze geben. So, jetzt kann ich erstmal ein Weilchen in diesem Paradigma bleiben. Ich weiß, die Proteste hat schon gesessen. Aber ist nicht so wild. Vielleicht mache ich das so. Na, komm schon. Irgendwann muss das doch sitzen. Das war knapp. Und das falsche Paradigma. Egal. Ich muss das nochmal erneuern bei mir. Lass dir Zeit leiten. So, einmal hierauf wechseln. Einmal eine Ladung Feuer geben. Steigert das... Weit! Oh, das war knapp. Ich wollte sagen, steigert das Bein. Bis auf... Keine Ahnung. 600... 700% wirklich. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte das machen. Das sieht nicht gut aus. Ah, Mist, ey, den... Ja, dieser... Ich weiß, ich bin mir zu ruhig, aber... Dieses Brüllen hat genervt. Ja, komm schon. Dieses Mal kriege ich das Bein. Komm schon. Noch ein kleines Stück. Einmal alle heilen, bitte. Schnell den Formationsspalter, bevor es vorbei ist. Ein Bein ist weg. Das war wieder knapp. Mann, Lightning hat's erwischt. Egal. Ist nicht so schlimm. Ein Bein haben wir. Das ist... Das ist das Wichtigste. Moment. Here we go. Na los, komm, bring Lightning ins Links. So, ganz gut gehen. Komm schon. Angel, Angel, Angel einsetzt. Ja, sie ruft sie und sterbt. War klar. Das war sowas von klar. Jetzt kann ich nur warten. Egal. Gebe ich mir noch eine frische Ladung. Und das passiert jetzt wieder. Passt auf. Und? Oh, nicht. Ich warte jetzt einfach nur. Ich will wissen, wie lange dieser Dreck endlich dauert. Noch dauert. Ach, hin. Schnell. Egal, das wollte ich. Kamera, ich muss... Sorry, ich bin so ruhig, aber... Es muss sein. Der soll erstmal warten, bis er am Boden liegt. Komm her. Und das Bein kriege ich noch. Puh. Ich glaube, ich sollte mal hier drauf wechseln. Los, Leute. Ah, wenn... Deshalb habe ich hier die Rebogenkette gegeben. Die kann uns jetzt heilen. Und wenn er gleich noch einmal stampft, sind alle wieder da. Egal, auch wenn der selben Bonus vom Bein weg ist. Jeder für mich. Jetzt ist er noch ruhig. Aber wenn er... Ich darf es nicht zulassen, dass er aufsteht. Aber wenn er... Ach, die mal am Boden liegt. Egal, das funktioniert. Es dauert ein bisschen. Aber ihr seht, wie das funktioniert. Das war zu spät. Lieber einmal alles wieder neu auffrischen. Sie verliert Haste. Oh, wieso verklicke ich mich die ganze Zeit? Ist doch lächerlich. Und irgendwie ist Vinyl lächerlich zum Heilen. Wenn sie allein ist. Beim Heilen. Ja, mein Fehler. Ich wusste nicht, wo das war. Das ist das Problem. Macht euch vertraut mit euren Paradigmen. Das ist das Problem. Dieses Bein wird noch fallen Dieses Versprechen hier Er wird aggressiv Er wollte gerade stampfen Schnell alle auffrischen Oh ne, Leid nicht verliefert Na, so Du bist jetzt dran Du bist jetzt sowas von dran Na los, schnell, das Bein muss weg Der ist auf mich gefallen Großartig Ich hab gerade gesehen, was passiert ist Er hat gestampft Und dann ist er noch auf mich gefallen Ich hatte irgendwie noch 70 Lebenspunkte Das ist sowas von So viel Pech hab ich noch nie gehabt Ich fasse es nicht Ich kann es einfach nicht fassen Ganz ehrlich Egal, jetzt mach ich's um einiges schneller Jetzt wird das ganz schnell gehen Na los Du bist jetzt sowas von dran Das ist unglaublich Unglaublich Das ist eine hässliche Kombination Muss ich sofort wechseln So Einmal das und das Das gebe ich mir schon mal gleich Damit ich das Bein abhacken kann Kann ich den anderen Mal Den auch geben Ne, ich gebe die Ladung Roller und Propäder Ah, das ist zu wenig Das ist genug Das Bein muss weg Stay calm, okay Ich muss mir schnell nur Propäder geben Dann einmal das Dann einmal hier Bei dem bleiben Dann einmal wechseln Nein, nicht den Climber Sondern den hässlichen Fuß Noch mehr Negativzustände Na los, na los, na los So, das brauche ich jetzt wieder Fürs nächste Bein Na komm schon Tritt einmal rauf Na los Die Idioten Hör auf, mich zu geputzen So, jetzt stampft er noch einmal Na Na los Einmal darfst du noch stampfen Und jetzt erledigen wir 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 Leidnig will ja unbedingt hinlaufen Lassen wir sie Oh Oh Das waren die Falschen Ich bin zu langsam Das war wieder mal zu knapp Das andere Bein Verlierst du mein Kampf Keine Sorge Ich brauche nur eine Protäder Das war wieder mal zu knapp Und jeder braucht Haste Das passiert irgendwie immer In den schlimmsten Augenblicken Na los Das Bein ist jetzt ab Na los, na los Das geht doch um einiges besser Diesmal Er will stampfen Ich weiß es Ich wusste es So, eine Runde heilen Hier schnell das geben Ich leiten ihn auch Das war knapp Weil ich es nicht gesehen habe Jetzt er dran Schnell positiv Jeder braucht positiv Zustände Willst du endlich Zu Boden gehen? Ja, mit Verspätung Gebt ihm so viel Negativ Zustände Wie es nur geht Na los Ada Morbid Schwäche auch Jetzt wird ein Trisaster rein Er wird nicht ja heute aufstehen Komm schon Die Positiv Zustände Dürfen mich jetzt nicht Im Stich lassen Nach der Ladung Kurz vor 800 Ah, okay Das reicht Venil Kümmert sich um den Rest Nur vier Schläge Nicht diesen Endkombo Und noch einmal Und das mit den Formationsspalter beenden Und das war der Time Eye für euch Genau in so einem Moment Das schwarze Bild Ist das nicht großartig? Lass mich mal gucken Fünf Minuten So 80.000 Und nichts bekommen von Gut Das war der Time Eye Ich würde euch jetzt Zeigen Wie Das aussieht Wenn ich Diese Gegner Grinde Dazu muss ich Erstmal mir Äh, dazu muss ich Erstmal hier Wegteleportieren Also Ich zeige euch Jetzt den besten Weg Ich verstehe nicht Wieso ich beim ersten Kampf So grottenmäßig Gekämpft habe Egal So Lass mich mal überlegen Wie war nochmal die Reihenfolge So So Okay Ich speichere mal ab Und dann zeige ich euch die Reihenfolge Speichern Äh Das hier Äh Ja Die Überreste von Zernitra Aus den letzten Parts Ne Wir suchen was anders dort Das hier Das hier Ich speichere mal ab Ich speichere mal ab